ja da war musik drauf und im hintergrund deswegen habe ich jetzt neue vertonung angemacht ja vorne sind die krabbeltische die mag ich ja unwahrscheinlich gerne 50 tele dort was uns aufgefallen sind es waren auch viele einheimische dort und wo man selber auch kannte 100 tele fand ich ein bisschen teuer ja aber ich sag mal alles ist teuer geworden im augenblick und wenn da euro dran steht kaufen wir was kosten die 100 tele so viel sport ist hier auch säckel drin oder das oder das loch zum belüften geht aber auch um quali papa ne gar nicht so big hier die sind noch dünner lass mich mal gucken oh ja die sind noch dünner stimmt wir haben hier bäume wir sind richtig teuer warum eigentlich so bananenzeit extrem teuer dieses jahr 100 liralık ceviz burada 100 liraya ceviz abla 100 liraya ceviz kurdu abla gel 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 da waren die trotz der hat die bestmüllung warte die hat die besten Mühlen im Sommer. Bananen? Nein. Mal gucken, was die Bananen bei unserer Bananenfraukosten kosten. Hier ist unsere Bananenfrau, aber auch nicht viel billiger. Ne, die sind aber scheiße. Merhaba! Merhaba! Zauberer. Ja. Er ist die Herr Bär. Und noch eine. Ja. Und der Mann. Ja. Das sind Mandarinen. Das sind Mandarinen, oder? Ja, ja. Aber die sind bestimmt hart von drin, ne? Das ist doch von der Exaktion, dass man sieht. Das lassen sich noch kurz. Das habe ich immer hier geholt, aber das ist nicht so. Aber das habe ich ein paar holen von mir. Ja, hol mal. Die waren doch immer süß und lecker. Da sind ja auch ein paar große drin, ne? Ja. Warum kosten die 10 Telo und die 15? Oh. Oh, Schatz. Oh, jetzt noch kleine Tomaten. Ja, der sieht schon nicht aus. Das ist Käse. Was? Der ist, der ist, aber... Die Sucuk sieht lecker aus. Merkst du was? Sie haben denn Sprache jetzt umgespricht. Ja. Sie reden jetzt mehr Deutsch. Ja, ja. Vorher haben sie immer Russisch mit angesprochen. Jetzt reden sie mehr Deutsch. Papa, so Sucini wäre auch mal wieder schön zum Anbraten. Guck mal, da stehen ganz viele. An so Ständen, wo keine Preise stehen, kaufen wir nicht, so wie eben. Nein, das sind komische, wie heißen, äh, das ist nur das Herz, geil, ja, ja, aber Antischock ist gut, muss ich noch mal essen, eine, eine. Guck mal, hast du die gesehen, die kleineren ist ein Avocado, ohne Kernerin. Ah, die sind aber züchtig, oder? Guck mal, Becci, der hat auch Verzügel, 70 Meter. Oh, wie groß die sind, da brauche ich ja drei Wochen, bis das verkauft. Oh, das ist ja lecker! Tschüss! Um was schweimiges zu tun, aber lecker. Oh, wie groß du? Du brauchst du deinen D-Log 15 Tele-Bund? Nein, aber welchen Migros? Ich weiß nicht. Diese war wirklich. Guck mal, wie klein die sind. Das ist ganz alt, der weiß, man weiß nicht. Ja, da hatten wir auf dem Hinweg gesehen. Das ist mehr zum Essen kochen, nicht zum Gefüll. Da ist deine Oma, die immer beim 3 im Migros sitzt. Die Männer sitzen da, die Frauen kochen rein. Aber das ist auch ganz schön teuer, ne? Ist noch kein Zettel. Ne. Paket 100 Tele. Ist teuer. Also Gewürz holen wir nicht vom Markt. Links, glaube ich, wieder. Was ist das? Ah, Johanniskrautöl. Oh, da habe ich. Hier ist einer. Stopp. Ja, ein Herz. Eins. Frag mal. Nein, hast du nicht. Hier ist ein kleiner. 50 Tele. Da hinten habe ich 40. Die sehen immer besser aus. Tarek! Die roten sind aber nicht knackig, Tarek. Knackig sind nur die grünen. Ich möchte zwei Gelder. Und verkaufen. Das sind Männer. Nein, das sind Männer. Das sind diese Schrägen. Das ist voll abgerissen, mein Träger. Ehrgebt mich von. Das ist voll abgerissen. Das ist voll abgerissen. Oh, der hier, ne? Aber 1,15 Euro. Die waren ja 90er. Ja. Naja. 10 Euro sind wie viel Tele? 130. Boah. Da können wir ja lieber zu unserem Typ da gehen. Der ist günstiger in dem Geschäft, glaube ich, Papa. Weißt du, was ich meine? 30. Boah. Da können wir ja lieber zu unserem Typ da gehen. Für 5 Euro hast du gesagt, es ist zu teuer. Aber bei 10 guckst du. Habe ich doch gar nicht gesagt. Hier meine ich so schön für das. Warum nicht denn? Der 5 Euro ist halt bei da hinten. Ach so. Der nimmt seinen Fahrgeraus nach. Der ist nicht so schön für das. Der kommt dann rein. Der hat den Rennen. Der im Hof ist schon mal, oder? Der hat den Rennen. Der hat den Rennen. Sieh da. Glaube ich. Da ist ein Loch drinnen. Ach. Das ist ja nicht so schön. Hier. Da. 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 Da.